Hey, ich zügele auf Wildhaus oder auf Unterwasserhöhe auf Alice St. Gallische. Der Kurt Flickerscharli hat mir immer gesagt, wenn du an einen neuen Ort hinkommst, musst du mit ein paar Dauzis machen. Mit dem Dorfpolizisten, mit dem Gemeindeschreiber und mit dem Betreibungsbeamten. Und der will dich noch mit dem Seiler Dauzis sein. Ich zügele ja nur wegen der Wahlen, oder? Wenn du dich eben nicht mehr quälen willst, dann musst du den Seiler wählen.